Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie passiert sowas? Ein Wunder, dass mir nicht auffiel, was aus mir wurde. Dad, geht es dir gut? Wenn ich dort nur einen Tag so lebendig sein könnte. Aber ich habe gemerkt, ich weiß nicht wie. Sollten wir vielleicht die Polizei alarmieren? Was interessiert die, dass wenn er ein paar Stunden zu spät zur Arbeit kommt? Ein paar Stunden zu spät zur Arbeit? Wer hätte das für möglich gehalten? Dieser Mann, der gestern noch als bloße Hülle dahinvegetiert ist. Und das möchte ich nicht, das möchte ich auf gar keinen Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020